Es werden keine weiteren Genehmigungen ausgestellt, vor dem Hintergrund, dass der Internationalen Strafgerichtshof Haftbefehle beantragt hat gegen führende Mitglieder dieser Regierung wegen Kriegsverbrechen in Gaza. Es geht darum, dass man zum jetzigen Zeitpunkt als Staat, wenn man das Völkerrecht achten möchte, keine Kriegswaffen, Munition, Schnellfeuerwaffen an einen Staat liefern darf, der in Gaza in dieser Weise diesen Krieg führt. Es geht nicht darum, Israel keine Raketenabwehrsysteme zu liefern, die es ganz dringend braucht in der Verteidigung gegenüber der Islamischen Republik Iran. Das ist Selbstverteidigung. Dieser Krieg, der in Gaza geführt wird, ist keine Selbstverteidigung mehr. Und das ist nicht meine Meinung, sondern es gibt ein Kriegsvölkerrecht, es gibt Genfer-Konventionen, die muss man hochhalten. Und da gibt es berechtigte Zweifel daran, dass Israel sich an diese Genfer-Konvention hält. Können wir mal differenzieren zwischen dieser israelischen Regierung und dem Staat Israel? Die Sicherheit Israels ist zu Recht deutsche Staatsräson. Die müssen wir hochhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt, das, was diese israelische Regierung macht, die eine rechtsradikale Regierung ist, in Teilen mit faschistischen Positionen von Ministern Bengt-Wir und Smotrich, Sie kennen die Äußerungen, kann kein enger Partner sein im Sinne von bedingungsloser Unterstützung. Vielen Dank.